Hallo, ich bin Stefan und ich möchte mit euch ein bisschen Crossfit machen, Crossfit Light, ein leichtes Crossfit Programm. Also alle können mitmachen, jeder in seiner Intensität. Ich gehe mal ein Stückchen nach hinten. Was ihr jetzt unbedingt braucht, euren Körper. Also wir benutzen keine Geräte. Wir können das alle zuhause machen. Ein bisschen Platz brauchen wir. Und wir tatsächlich hier, wir gehen einfach mal los, wir marschieren noch ein bisschen. Einfach mal marschieren, die Arme schön wegnehmen, schön groß. Ja, ist das schön. Ihr könnt Musik anmachen, so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe auch heute darauf verzichtet. So, wir gehen mal hier ein bisschen um unsere Matte rum oder einfach um den, ja hoffentlich nicht um den Tisch. Wobei, könnt ihr auch machen. Um den Tisch, um den Stuhl. Ah, schön. Okay, okay, wir bleiben mal stehen. Okay. Einfach mal ein. Knie hoch, Knie hoch, hoch, hoch. Bauch ist angespannt, Po ist angespannt. Und Ellenbogen immer entgegengesetzt zum Knie. Hab, 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 hab. Erstmal noch ganz locker. Vier, vier, drei, zwei, eins. Okay. Okay, 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 okay. Ach, wir mobilisieren mal den Körper von unten nach oben durch. Oder von oben nach unten. Auch von oben nach unten. Das ist doch schön. Also Beine mal ein bisschen hüftbreit auseinander. Knie sind immer ganz leicht gebeugt. Schultern mal hoch, mal ein bisschen kreisen lassen. Schultern, Schultern. Ah, schöne Gründe. Große Kreise. Vier, drei, zwei. Ihr könnt natürlich noch mehr machen. Ach, ihr wollt noch mehr. Okay. Ach, ja. Ach, ja. Jetzt aber. Vier, drei, zwei, eins. Oh, schön, 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 schön. Mal kurz locker, 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 locker. Den Kopf einfach mal zur Seite. Wir schauen mal an der einen Schulter vorbei und andere Schulter vorbei. Bauch bleibt angespannt. Schultern bleiben schön unten. Hinten, unten. Fuß auch schon angespannt. Noch viermal. Jede Seite. Dreimal. Mal. Zwei. Eins. Okay. Ohr geht noch kurz zur Schulter. Oberkörper bleibt. Schulter geht runter, gezielt nochmal runterziehen. Andere Seite gezielt auch nochmal runterziehen. Mal die Seite wechseln. Okay. 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 Mal wieder nach vorne blicken. Sehr schön. Schulter geht locker. Das ist locker. Das ist locker. Okay. Okay. Arme mal hoch. Und die Ellenbogen mal ein bisschen lockern. Ellenbogen. Lalalala. Da, 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 da. Vier. Drei. Zwo. Eins. Richtung Wechsel. Wupp. Schuhe dann unten locker lassen. Bauch bleibt angespannt. Vier. Drei. Zwo. Eins. Locker. Okay. 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 Wir kreisen mal. Nimm mal den Oberkörper ein bisschen mit. Rücken wird schon mit mobilisiert. Ach. Schöne Windmühle. Okay. 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 Langsamer werden. Mal die Richtung ändern. Wupp. Gegenwind. Okay. 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 So. Fühlt sich soweit gut an. Hoffe ich. Okay. Kommen wir mal ein Stückchen weiter runter. Mal die Hüfte. Hüfte. Erstmal ein bisschen kreisen. Schöne Kreise. Ja. Schön. Groß und rund. Mal die Richtung wechseln. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Langsam zum Stillstand kommen. Hüfte. Hab. 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 Zapp. 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 Noch zwei. Andere Seite. Hab. 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 Zapp. Noch zwei. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. So. Mal ein bisschen Sprungrängenlenk. Kreisen lassen. Genau. Wir haben uns schon mal ein bisschen mit dem Gleichgewicht. Kann sein, dass das Gleichgewicht sagt. So. Hüfte. Das Training hat begonnen. So. Einfach mal die Richtung wechseln. Okay. Auch schön. Andere Seite. Wupp. Genau. Seite wechseln. Also Richtung. Okay. Na wunderbar. Gut. Das fühlt sich jetzt alles gut an. So wie ich finde. So wie ich glaube. Dann gehen wir mal die Beine mehr als Hüfte. Noch mal auseinander. Wir gehen noch mal schön zur Seite. Jetzt machen wir die Innenseite hier. Dehnen. Hab. 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 Zapp. 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 Okay. Okay. Vier. Drei. Zwo. Eins. Okay. Beine wieder zusammen. Sehr schön. Okay, womit fangen wir dann an? Ach, mal oben wieder, ne? Schultern bleiben locker unten. Dann machen wir mal zur Seite strecken. Ellenbogen sind ganz leicht gebeugt. Also niemals komplett durchstrecken. Leicht gebeugt halten. Und wir machen mal schöne Kreise. Schöne Kreise. So. Die Handfläche nach oben. Handfläche hier unten. Wieder hoch. Wieder runter. Dann kommen wir langsam nach vorne. Kreise nach vorne. Lalalala. Lalalala. Schön. Und wieder auseinander. Sehr schön. Ah. Okay, okay, okay. Handfläche nach oben. Wir pausen mal. Und einfach mal kurz. Bizeps schön anspannen. Wir haben zehn Stück. Zehn. Neun. Acht. Niemals komplett durchstrecken, ne? Sieben. Sechs. Das ist immer gut. Schöne Übung. Fünf. Vier. Spannung. Nochmal Nachspannung. Spannen, spannen, spannen. Yes. Es darf brennen. Wobei ich stehen geblieben. Egal, kommt jetzt noch fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und ablassen. Yes. Schön locker lassen. Ja. Ach. Ist das prima. Ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Okay. Wir machen mal eine Faust. Schlagen in die Faust ein. Und drücken. Handfläche gegen Faust. Faust gegen Handfläche. Schönen Druck erzeugen. Druck erzeugen. Bauch ist angespannt. Po ist angespannt. Druck. 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 Drücken. Drücken. Schulter bleiben unten. Noch vier. Drei. Zwo. Eins. Boah. Okay. Zweite Runde. Nochmal. Fausten. Fausten. Schultern locker unten lassen. Und drücken, 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 drücken. Atme nicht vergessen. Atme nicht vergessen. Noch vier. Drei. Zwo. Nachdrücken. Eins. Ha. Sehr schön. Super. Schön, schön, schön. Okay. Machen wir mal ein bisschen den Oberkörper. Mal ein bisschen ruhen lassen. Was macht euer Kreislauf? Och, der kann auch noch ein bisschen, ne? Okay, dann zeige ich euch mal was Schönes. Eins meiner Lieblingsübungen. Den Burpee. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Jetzt nicht ausmachen. Es gibt verschiedene Varianten. Variante A. Wir stehen. Gehen einfach runter. Beine nach hinten. Beine nach vorne. Und hoch. Das ist das schon. Toll, oder? Kommt noch mal. Wir gehen runter. Nach hinten. Nach vorne. Und hoch. Klasse, schon zwei. So, und wer sich jetzt langweilt, gibt ja noch eine andere Variante. Runter. Nach unten gesprungen. Nach vorne gesprungen. Hoch. Und für die ganz paar Rücken. Runter. Nach hinten. Liegestütz. Hoch. Hoch. Okay. Wir machen jetzt zehn Stück. Zehn schnelle. Jeder in seinem Tempo. Jeder seine Lieblingsburpees. Okay. Und da arbeiten wir dran. Zehn Stück. Und los geht's. Kommt. Runter. Hopp. Hopp. Und ein. Oder der. Runter. Hopp. 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 Drei. Hopp. Hoch. Ihr könnt variieren. Hoch. Hopp. 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 Zapp. 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 Hopp. Noch, komm, noch drei. Zapp. 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 Hoch. Noch zwei. Zapp. 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 Letzter. Zapp. 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 Oh. Schön. Das waren heute zehn. Morgen macht ihr elf. Übermorgen zwölf. Und irgendwann sind wir die Burpee-Königs. Ist das nicht schön? Okay. Kreislauf ist da, wo er hingehört. Das gefällt mir. Machen wir noch einen kleinen Bergsteiger zum Schluss. Dann ist die Matte nicht ganz umsonst da gewesen. Wir gehen noch mal runter. Ach, ist das schön. Auch hier mehrere Varianten. Fußspitzen sind aufgestellt. Ihr könnt die Knie auf den Boden lassen. Arme sind in Höhe der Schultern. Und einfach Knie zum Ellbogen bringen. Variante A. Variante B. Knie aufstellen. Und schön zum Ellbogen. Zapp. 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 Kommt und los. Kommt. Zapp. 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 Ah, schön. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Oh, schön. Mal einmal lang machen. Ach, wie wir hier schon so schön sind. Einmal den Rücken mal mobilisieren. Wir machen mal schön. Katzenbucke. Und die Hängebrücke. Und die Hängebrücke. Wir machen das mit den Händen. Und die Hängebrücke. Wir machen das mit den Händen. Einmal aufrollen. Wirbel für Wirbel für Wirbel. Zu der Schulter. Okay, dann kommt es ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Fühlt sich das alles gut an? Ich glaube schon. Wenn ihr jetzt warm seid, macht gleich mit dem nächsten Video weiter oder spult nochmal zurück und macht das nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald, alles bald wieder. Macht's gut. Tschüss.